Der Streit zwischen Dieter Bohlen und Katja Kresawice erreicht einen neuen Höhepunkt. Universum Boxing hat bekannt gegeben, dass die beiden Juroren am 6. September in den Ring steigen und gegeneinander kämpfen werden. Der Gewinner darf in der DSDS-Jury bleiben, der Verlierer hingegen muss gehen. Katja Kresawice ist siegessicher und verspricht ihren Fans einen Knockout in der ersten Runde. Experten hingegen vermuten, dass Dieter Bohlen weiß, dass er keine Chance gegen Kresawice hat und deswegen eine Verletzung vortäuschen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017